Sie sind hier, 14. November 2018, 22.06 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Tremel Darden, L, spielte in der Euroleague unter anderem für Olympia Kospireus Urheberrecht, Getty Images, der mitteldeutsche BC aus der Basketball-Bundesliga verpflichtet einen namhaften Spieler. Tremel Darden lief in Europa bereits für mehrere Top-Clubs auf, von Sportinformationsdienst.